Jungen Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Ähm, ja, schauen wir doch mal was wir hier so jetzt machen können Dann Flugzeugzeitrennen, äh Hm, nee, oder? Ja, C, das wär jetzt ja... Das sind die Shores Wollen wir mal gucken wie das weitergeht hier Mit dem crazy Typen hier Mit dem Trevor Vollgas Keine Zeit Daher Vollgas Daher Vollgas Daher Vollgas Daher Vollgas Ja, genau. He's one, ban him. I can't ban him, he's my goddamn husband. He's young enough to be your son. Ain't the internet a beautiful thing, honey? Anyway, I saved your husband. Now get me a drink. I got a meeting. Okay, but any more bodies turn up in my bar. I swear, I will not serve you. Mr. Phillips. Ah, here he is. Yes, Mr. Cheng, pleasure to meet you. No, I am Mr. Cheng's humble translator. Mr. Cheng, now. I'm so happy to be your son. You're speaking Spanish, speaking to each other. Mr. Tao Cheng is pleased to meet your acquaintance. Oh, yeah, he seems it. I'm so happy to be your son. You're so happy to be your son. You're so happy to be your son. You're so happy to be your son. What's the f**k? It's all right, it's all right. Come on. I'm out. Nein, nicht weg! Bitte, ich sage dir. Wenn du gehen kannst, dein Vater hat mich verletzt. Warum schluss ich mich? Du hast nicht. Aber wir hören, dass die Trever-Phillips-Kooperation ist ein Wettbewerb. Wir bezahlen einen guten Preis. Wenn die Dinge funktioniert, wir partnern. Wir machen große Geld. Ich schreie! Na, ich zeige euch die Operation. Das ist wir. Okay, das ist klar. Das ist gut. Nein, nein. Mr. Cheng Senior ist sehr spezifisch. Er will eine gute, rechtfertigende Methamphetamine. Wir kaufen von dir hier und verbrechen mit einem Stablessen Netzwerk. Ich bin froh, das könnte das unsere Operation machen. Wir sind ein Teil der Slow Meth-Meth-Movement. Bio-Regional. Locavores nur. Ich bin froh. Ich bin froh, ich bin froh. Ich bin froh. Ich bin froh. Vögel, bl们 diese Jahrzehnte,Sab hijo Hermann. Bring der an den mummischen Dosentem Stellen. Na jetzt... G approximately! Kein besiegelt, oder? Da kam er noch, okay? Ja, ich erinnere mich, startet ja gleich noch einen kleinen Klick. Genau. Cool. Genau. Ja, das muss ich ja irgendwie mal ein bisschen woanders sein, glaube ich. Ja, das muss ich die ganze Krufe hier sein. Fuck, motherfucker! Ich bin hier auf jeden Fall. Rude, motherfucker! Ich stehe auf die Leute. Ich beginne zu denken, dass sie wirklich will mich wirklich töten. Irgendwie, ja. Wie kann ich mich denn hier ducken lassen? Wieder bescheuert, ne? Ja, ja, wir sollen wieder Kalle. Wie hat man sich denn nochmal geduckt? Ja, wir können das halt so, ne? Oder guck ich einfach mal nach, das kann man ja auch machen, ne? Das ist der Turbelegung. Ja. Lass sehen. Bewegung. Duckend. Ja. Entdeckung gehen. Kuh. Okay. gib schwach. Die. Ich bin geschrieben. Die Strettex are as bad as the Lost. ja komm Boom. 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 This is a place of business. We need to get to the front of the shop. Come on. What was that? Super. Der ist in die Flammen gelaufen, ne Idiot. Ja, erneut versuchen. Komm. Ups. Wieso habe ich auf einmal einen Granatwerk machen? Das ist auch okay. Macht Spaß. Boom, Baby. Wie geil. Das kann man das auch mal machen, ne? Viel einfacher. Come on, hurry up. Let's get downstairs. Na ja, ich kenn die Hütte nicht hier. Da will ich nicht vorgehen. They're coming in the door. Get down. Ortega's here. Hey. Ayuda. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. Get down. This is extremely unprofessional. You got him, man. He's dead. We've got them on the back foot. Come on. Screw the Aztecas. Come on. Screw the Aztecas. Come on. Come on. Damn it. I should check on the Chinese delegation. They might be catching a chill. Wait. I'm not waiting for one. That's what he just got out of here, right? Alright. Time to recommence the tour, gentlemen. Oh, it was a bit cold, right? Alright, enough. Haha. Haha. I'll swing by and sign the contracts, alright? Just ignore the bodies. Hey Trevor. Are we still gonna cook that batch? Fuck yeah! Okay. Go then. Verschrotter. Okay. Haben wir jetzt also Silber bekommen für irgendwas, ja? Was auch immer dieses Verschrotter gewesen wäre? Ich hab keine Ahnung. Ich glaub ich schau mir mal die Errungenschaften auf Steam so ein bisschen an. Kann man nicht. Kann man doch vielleicht ein bisschen gezielter dubbeln? Ne? Fahren wir mal Oldschool speichern und dann war's das erstmal für diese Folge GTA 5. Action an der Tanker oder wie wollen wir das nennen? Keine Ahnung. Maschinengewehre und Explosionen. Er kommt auch in seinen Hüffel hier. Geiler Wecker. Auch der Fernseher hat aber gelitten, ne? Jo. Das war's zu GTA 5 erstmal und bis demnächst. Haut rein.